Hallo und herzlich willkommen auf sportwetten.org. Heute möchten wir euch den sehr bekannten Online-Buchmacher BeWin vorstellen. Den werden schon sehr viele von euch kennen. Wir zeigen euch heute, wie einfach ihr dort den ersten Account erstellen könnt, wie die erste Ein- und Auszahlung funktioniert und einige Wetten werden wir auch noch gemeinsam platzieren. Zuerst solltet ihr aber am besten unsere Seite aufrufen und dann hier auf zur Anbieter-Webseite klicken, denn dann verpasst ihr keine Bonusaktionen. Es öffnet sich dann auch schon die Startseite von dem Online-Buchmacher und wir haben noch gar keinen Account. Deshalb müssen wir oben rechts jetzt erstmal auf jetzt registrieren klicken. Dann lädt der neue Bereich und hier müssen wir nun erstmal die persönlichen Daten eingeben. Nachdem nun alle Daten eingegeben sind, müsst ihr nochmal auf jetzt registrieren klicken. Das dauert einen kleinen Moment und dann können wir gleich zur ersten Einzahlung fortschreiten, denn bevor man Wetten platzieren kann, muss man natürlich erstmal etwas Geld einzahlen. Und das funktioniert ja auch gleich im Anschluss. Es steht hier wirklich sehr viel bereit, Kreditkarten, Bankeinzug oder auch andere Sachen wie Skrill zum Beispiel. Aber wir gehen einfach mal hier auf Kreditkarte und wählen nun erstmal unseren Betrag aus. Zum Beispiel nehme ich jetzt hier mal 10 Euro und hier müssen nun die weiteren Details eingegeben werden. Nun haben wir die Einzahlung erfolgreich abgeschlossen und hier steht nun auch, dass wir diese 10 Euro erfolgreich einbezahlt haben. Und nun möchten wir euch zeigen, wie ihr einfach hier eine Wette platzieren könnt. Dafür geht ihr erstmal auf Sportwetten. Hier oben wird jetzt übrigens auch unser Konto angezeigt und 10 Euro Guthaben. Und es gibt hier links in der Seite zum Beispiel schon die Champions League, die ich auch sehr interessant finde. Und hier hat man dann gleich die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Wetten zu platzieren. Zum Beispiel können wir hier wetten auf AS Roma oder auch auf viele weitere. Hier rechts haben wir dann die Möglichkeit, die Summe einzugeben, die wir platzieren möchten, zum Beispiel 2 Euro. Da muss man nochmal auf Weiter klicken, sieht dann hier die Netto-Gewinnchance und kann dann auch auf Wette abschließen klicken. Es ist natürlich nun auch ganz einfach möglich, weitere Wetten zu platzieren. Zum Beispiel gibt es hier noch diverse weitere. FC Chelsea kann man zum Beispiel noch wetten. Nehmen wir wieder 2 Euro auf Weiter und Wette abschließen. Und nun haben wir schon 2 Wetten platziert. Das funktioniert wirklich wunderbar einfach. 6 Euro Guthaben haben wir nur noch. Das können wir erstmal verwahren und dann zum Beispiel später einsetzen. Aber wir möchten euch natürlich noch zeigen, wie leicht es ist, eine Auszahlung hier zu beantragen. Dafür müsst ihr erstmal oben rechts auf mein Konto klicken. Und nun habt ihr hier links in der Seite die Möglichkeit Auszahlungen. Dort müsst ihr draufklicken. Und hier ist es jetzt erstmal erforderlich, sich zu identifizieren. Das ist ganz wichtig. Und BWIN ist auch wirklich sehr seriös und in Deutschland mit einem Büro vertreten. Das heißt, man muss Personalausweis hochladen und hat dann die Möglichkeit, sich hier auszahlen zu lassen. Zum Beispiel per Paypal oder auch per Visa-Karte oder wie man es eben am liebsten möchte. Und insgesamt ist BWIN in Deutschland sehr bekannt. Auch vertrauenswürdig, da die Wettlizenz direkt aus Schleswig-Holstein ist. Also direkt in Deutschland und nicht im Ausland. Auch mit der Verifizierung hier, das klappt ganz gut. Wettquoten im Vergleich zur Konkurrenz sind okay. Aber dafür genießt man hier eine sehr hohe Sicherheit. Das war es aber schon wieder von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.